Hi, ich bin Katie Bird und ich mache ein Auslandsjahr in Kenia. In diesem Video werde ich euch ein paar Impressionen von meinem Flug und von meiner Ankunft in der Gastfamilie geben. Viel Spaß! So, die Koffer sind gepackt und jetzt geht's los zum Flughafen. So, ich bin jetzt am Flughafen, durch alle Kontrollen durch und sitze jetzt am Gate und warte auf den Flug von Berlin nach Dora. Der erste Flieger von Berlin nach Doha war ziemlich premium. Dort gab es auch zwei Kameras außen. Eine, die nach unten zeigt und eine, die geradeaus zeigt. Deswegen kann ich euch da auch ein paar schöne Bilder von Start und Landung zeigen. Und dann ist die Koffer von Berlin nach glochigen Ich bin ein paar Jahre. 二� editiert, sie sind Pakistani, hier ist remo Via Via gebet. So, wir sind jetzt in Doha gelandet, der Flug war okay, also sehr ruhig, ich laufe gerade zum Gaze für den Flug nach Nairobi, das ist jetzt 0 Uhr nachts, sieht man, dann fliegen wir in ungefähr 2 Stunden weiter. Ich wurde dann vom Flughafen abgeholt von einem sehr guten Freund von mir aus Kenia, der hat den einen Pastor und mich mitgenommen, ich bin nämlich nicht alleine geflogen von Berlin, sondern mit ein paar Kenianen zusammen, die uns in Deutschland besucht hatten fürs Conficamp. Als ich letztes Jahr im Oktober in Nairobi war, gab es durch die ganze Stadt eine riesengroße Baustelle, dort wurde nämlich eine Art Schnellstraße gebaut, die durch die ganze Stadt geht, vom Flughafen bis zum anderen Ende der Stadt, also Westlands, und die ist im Februar eröffnet worden und da sind wir jetzt rüber gefahren, sieht aus, ein bisschen wie eine Autobahn in Deutschland. So, ich bin jetzt gerade angekommen, hier ist mein Zimmer, werde ich noch ein bisschen einrichten, es soll auch noch ein Schrank kommen, hier sind schon mal Schränke und das Badezimmer. So, ich habe jetzt erstmal die Koffer leer gemacht und werde mal kurz zeigen, was ich alles so dabei habe. Also Klamotten sind hauptsächlich so viele und dann noch die Peripherie sozusagen, die sich hier unten drin schon befindet, sowie Schuhe. Außerdem Geschenke von Freunden aus Deutschland, elektronische Geräte und Bürozeug. Dann ist hier noch, hier ist so der Kosmetikbereich. Also ich habe erstmal alles mitgenommen, was ich denke, was ich für das erste halbe Jahr brauche. Und dann sind hier noch meine Reiseapotheke und ein paar Handtaschen. Außerdem hatte ich bestimmt einen dreiviertel Koffer voll Gastgeschenke. Das sind die da und meine Schuhe. Ja und ansonsten hier noch ein bisschen Handgepäck und ein wunderschönes Bild von wunderschönen Menschen, die mir wichtig sind. Als ich vorhin in der Gastfamilie angekommen bin, hat mich meine Gastschwester in Empfang genommen. Die beiden Eltern sind jetzt nämlich arbeiten und dann habe ich erstmal ausgepackt und denke mich jetzt nochmal hin. Die Flügel waren ganz gut, aber es ging über Nacht, deswegen bin ich sehr müde. Und es ist im Vergleich zum deutschen Sommer relativ kalt. Jetzt sind gerade 18 Grad und dadurch, dass es ja auch keine Heizung gibt, ist es mir jetzt auch kalt. Und ja, ich bin gespannt, meine Gastfamilie kennenzulernen. Vorhin bin ich dann rausgegangen auf den Hof, um dort ein bisschen rumzulaufen und rumzuschauen. Und dort habe ich dann meinen Gastbruder getroffen. Der wohnt hier auch nebenan sozusagen mit auf dem Grundstück. Also der ist schon ausgezogen sozusagen, aber wohnt trotzdem irgendwie noch hier. Und der hat mich dann hier ein bisschen auf dem Grundstück rumgeführt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Unten ist nämlich ein kleiner Fluss und danach auch der Wald. Also es ist schon lustig, wie ähnlich das ist von meinem Zuhause, von Deutschland. Weil da habe ich ja auch einen Fluss und einen Wald nebenan. Nur halt ein bisschen anders. Genau. Da kommen die Tage dann auch nochmal Eindrücke davon. Und relativ kurz danach kamen auch meine Gasteltern von der Arbeit nach Hause. Und dann habe ich die beiden kennengelernt. Wir haben geredet und dann gab es Abendbrot. Das Gericht hieß Mokimo. Das ist Maschpotato, also Kartoffelbrei mit Mais drin. Und dann war da noch Spinat drin, damit das so ein bisschen grün aussieht. Und dazu gab es dann so eine Art Gulasch vom Rind. Ja, das war sehr gut. Und dann haben wir jetzt noch kurz ein bisschen Fernsehen zusammen geguckt. Und die Mom war aber ziemlich müde. Es ist jetzt irgendwie 20.30 Uhr oder so. Und genau, jetzt ist jeder irgendwie auf sein Zimmer gegangen. Und ich werde jetzt vielleicht noch einen Film gucken und dann auch schlafen gehen. So, das war es jetzt erstmal mit den ersten Impressionen von der Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten könnt ihr gerne das Video liken, meinen Kanal abonnieren und weiter teilen. Ich werde euch wieder ein paar Links in die Videobeschreibung packen. Vor allem den von GoFundMe. Schaut dort gerne vorbei, wenn ihr mich bei meinem Auslandsjahr unterstützen wollt. Ansonsten freue ich mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Tschüss!